100 kleine Dinge, mit denen Männer das Leben von Frauen besser machen können, mit Untertitel, Achtung, sei froh Freundinnen zu haben, die nicht mit dir schlafen wollen, die Friendzone existiert nicht. Ja, existiert überhaupt nicht. Genau diesen absolut durchgeknallten Autounfall von einem Artikel gucken wir uns heute mal an und schmeißen uns ein bisschen genüsslich drüber weg. Und wenn du immer schon mal wissen wolltest, wie du zu so einem richtigen Weichei wirst, so ein komplett dressierter Affe, ja, komplett die Eier im Eimachglas unter der Spüle, dann ist das hier der richtige Artikel für dich. Also, let's go! Dieses journalistische Zuckerstückchen habe ich jetzt die letzten Tage öfter zugeschickt bekommen und ihr seht ja schon hier oben weiß, das heißt, wer das kennt, viel radikaler und extremer geht es nicht mehr und ich habe mir mal ein paar von den 100 Punkten hier rausgepickt. Wir gucken uns trotzdem mal an, ob vielleicht auch der ein oder andere Punkt trotzdem stimmt und ein bisschen Wahrheit. Also, let's go! Tatsächlich gibt es viele Dinge, mit denen Männer das Leben von Frauen ein klitzekleines bisschen besser machen können und das ohne das patriarchale System, in dem wir ja alle ganz nachweislich leben, komplett in Flammen aufgehen zu lassen, auch wenn das kein schlechter Vorsatz wäre. Das heißt, ihr könnt euch schon vorstellen, woher der Wind weht. Punkt 1. Bevor du einer Frau etwas erklärst, frag dich besser erstmal, ob sie es vielleicht nicht schon versteht. Womöglich weiß ich sogar mehr über das Thema als du. Ja, komplett sinnloser, irrelevanter Punkt. Wenn irgendjemand dir was erklärt, was du sowieso schon verstehst, dann sag einfach, ja, kenne ich schon, weiß ich schon. Zack, Problem gelöst. Punkt Nummer 2. Passend dazu. Erkläre einer Frau niemals, was Feminismus ist. Das ist auch schwer möglich, weil du bei Feministinnen ja gar nicht zu Wort kommen würdest. Punkt Nummer 6. Es ist auch herrlich. Gib einfach nie einen Kommentar zum Körper einer Frau ab, außer du bist der richtige Typ. Gib, dann ist es kein Problem. Punkt 7. Sei nett zu Frauen, die sich um dich als Kunde oder Gast kümmern. Wenn du ihnen extra Trinkgeld gibst, versuche dabei nicht creepy zu wirken. Das finde ich durchaus okay. Punkt Nummer 8. Vertraue Frauen, wenn sie dir etwas beibringen oder sagen, dann musst du das nicht erst gegenchecken, vor allem nicht direkt vor ihnen. Absoluter Blödsinn. Egal, wenn dir jemand was erzählt und du hast den Eindruck, das ist irgendwie humbug, was dir da gerade erzählt wird, dann checkst es halt gegen. Völlig unabhängig vom Geschlecht natürlich. Vielleicht nicht direkt vor demjenigen. Warum nicht? Punkt Nummer 9. Auch sehr geil. Doppelmoral ist nie gut. Das von Hardcore-Feministinnen. Punkt Nummer 10. Manspreading. Mag ein absurder Begriff sein, aber hör verdammt nochmal auf, komplette Sitzbänke für dich einzunehmen. Das größte Problem des 21. Jahrhunderts. Manspreading, das ist, würde ich sagen, in der Top 10 der erfundensten Probleme das absolut erfundenste. Ja, Manspreading. Und an die lieben Frauen, wenn sich ein Mann wirklich mal zu breit macht, dann sag halt einfach, sorry, kannst dich mal ein bisschen weniger breit machen hier und fertig. Nummer 11. Du willst eine Frau positiv beschreiben? Dann nutze Adjektive wie talentiert, clever oder witzig, statt wunderschön, süß oder niedlich. Bullshit, beschreibt eine Frau so, wie du sie beschreiben willst. Lass dir von keinem vorschreiben, vor allem nicht von völlig durchgeknallten Leuten, die ihr Leben nicht auf die Kette kriegen, welche Worte du zu benutzen hast oder wie du irgendwen zu beschreiben hast und so weiter und so fort. Ja, beschreibt die Leute einfach so, wie du sie siehst und fertig. Streich in diesem Kontext auch sofort, sofort die Wörter unvernünftig, dramatisch, rechthaberisch und hysterisch aus deinem Sprachgebrauch, weil Frauen ja auch nie unvernünftig, dramatisch, rechthaberisch und hysterisch sein können. Ja, einfach streichen natürlich. Nummer 14. Das nächste Kapitalverbrechen. Du stehst auf feurige Latinas, starke schwarze Frauen oder geheimnisvolle Asiatinnen, dann liest dir lieber schnellstens das Buch XY durch. Nein, liest dir das beknackte Buch oder sehr wahrscheinlich beknackte Buch nicht durch, sondern steh einfach auf das, worauf du stehst und fertig. Punkt 15. Frauen sind nicht zickig. Wir brauchen kein spezielles Wort dafür, eine Meinung zu haben. Ja, und Männer sind nicht notgeil. Punkt Nummer 16. Untergrabe nicht die Glaubwürdigkeit einer Frau, wenn du sie vorstellst. Donner ist zauberhaft, bringt niemandem etwas. Wie wäre es mit Donner? Kennt sich total gut mit Architekt. Sag einfach das, was du sagen willst. Und wenn die Frau damit ein Problem hat, kann sie es dir ja zusätzlich persönlich sagen. Nummer 19. Man kann Frauen auch Komplimente machen, ohne andere Frauen herabzuwürdigen. Du bist nicht wie die anderen Frauen, schmeichelt nicht. Ich will wie die anderen Frauen sein. Frauen sind großartig. Ja, alle Frauen sind einfach so großartig, völlig unabhängig, wie der Charakter ist. Frauen sind generell großartig. Stellt euch mal vor, diesen ganzen geisteskranken Quatsch, hier würde man genau andersrum schreiben. Alle Männer sind großartig. Und hier dieses ganze Woman-Splaining, was hier passiert, welche Worte du verwenden darfst und so weiter, stellt euch das mal andersrum vor, wie das früher in der Werbung teilweise so war. Ihr kennt ja vielleicht diese Werbespots. Die gute Hausfrau, er kommt nach Hause und dann mach ihm einen Fußbad und massiere ihn und so weiter und so fort, wo die Hausfrauen früher wie absolute Vollidioten behandelt wurden. Genau das gleiche ist das hier. Genauso radikal. Um sich an der Männerschaft zu rächen natürlich. Vor allem, ich will wie die anderen Frauen sein. Das ist ja auch das Geisteskranke, diese Verkollektivierung oder wie man es auch immer nennen will. Anstatt zu sagen, nee, ich will ein Individuum sein. Ach so, ist das nicht sehr rassistisch? Nummer 21, kaufe Binden und Tampons und spende sie an Obdachlosenunterkünfte. Oder ist es einfach dein Bier, was du spendest oder auch nicht? Punkt 22, wie viel von dem, was, also generell spenden ist ja sinnvoll, aber mach dein eigenes Ding, wenn du was spenden willst. 22, wie viel von dem, was du guckst, liest, hörst, stammt von Frauen. Extrem relevant. Verabschiede dich von dem Gedanken, dass nur männliche Künstler Genies sind. Kunst ist Kunst, völlig egal von welchem Geschlecht. Pille, Palle, Kinderkram, weglassen den Bullshit. Nummer 23, okay, du besitzt schon Bücher, Filme und Musik von Frauen. Puh, hörst du zu den Guten. Aber auch welche von dunkelhäutigen, queeren, armen, trans Personen oder Frauen mit Behinderung. Intersektionalität ist Trumpf. Ja, Kindergartenlevel, es kommt auf die Inhalte an, nicht auf die Geschlechterhautfarben oder was weiß ich was. Nummer 24, konsumiere keine Medien, in denen die Erfahrungen von Frauen kleingeredet werden, in denen Gewalt gegen Frauen positiv dargestellt wird. Das kann ich natürlich unterstreichen, das stimmt hier. Und Erfahrungen von Frauen kleingeredet, es kommt auf die Erfahrungen an. Wenn es Pille, Palle ist, dann bitte als Pille, Palle benennen. Wenn es heftig ist, dann als heftig benennen. Oder in denen überhaupt keine Frauen vorkommen. Doch, guck dir Filme an, wo nur Männer vorkommen oder nur Frauen vorkommen oder nur, es gibt auch Filme, wo nur Tiere vorkommen. Ja, habe ich auch schon gesehen. Absolut radikal und sexistisch natürlich. Es reicht nicht, sich gegen solche Dinge auszusprechen. Du musst aktiv dagegen arbeiten. Mach, was du willst. Es gibt doch auch diese absolut genüsslich abgefilmte Verherrlichung des Dritten Reiches namens Apollo 13, wo gar keine Frauen vorkommen. Obwohl das damals auch gar keine Frauen waren. Absoluter Skandal, natürlich. Dann guck dir sowas nicht an, Vorsicht. Start Nummer 26, wenn du Kindern Geschichten vorliest, dann vertausche einfach mal die Geschlechter der Hauptfiguren. Ja, kannst du machen oder lass es sein. Völlig scheißegal. Punkt 27, schau dir Frauenfußball an und nenn das Ganze einfach nur Fußball. Ja, also Fußball finde ich persönlich jetzt generell schon absolut zum Einpennen und Frauenfußball natürlich noch mehr. Es gibt andere Sportarten, wo das völlig egal ist, wo du dir die Frauenversion davon genauso gut angucken kannst. Frauentennis gucke ich zum Beispiel gerne. Aber Frauenfußball muss man jetzt wirklich nicht mögen. Und schau dir Frauenfußball an. Stellt euch vor, ich würde hier ein Video machen, was Frauen bitte zu gucken haben und wie sie es zu sehen haben und so weiter. Müsste eine lustige Steinigung werden dann. Dann Nummer 28, unterstütze keine Vereine, Einrichtungen und Unternehmen, die Felge ... und ... Täter schützen und anstellen. Das kann ich unterschreiben, das sehe ich genauso. Punkt 29, hör auf, Udi Allen abzufeiern. Finde ein neues Idol, das nicht im Verdacht steht, jemanden miss ... zu haben. Das ist generell so ein Hobby der aktuellen Gesellschaft und vor allem des Hardcore-Feminismus, dass Rechtsprechung jetzt auf einmal nicht mehr zählt. Wenn jemand im Verdacht steht, dann ist er auch schuldig, außer es ist eine Frau. Dann heißt es eher Listen and Believe. Aber wenn es ein Mann ist, dann ist er natürlich direkt schuldig. Und Udi Allen, wenn er wirklich schuldig ist, dann kann ich das natürlich nicht unterstützen. Trotzdem werde ich dann seine Filme immer noch mögen. Ja, das kann man doch trennen, wenn man ein Gehirn hat. Ja, wenn jetzt rauskommt, dass der Teufel persönlich für das Drehbuch von Matrix 1 und Goodfellas und was weiß ich was verantwortlich ist, dann werden die Filme dadurch ja nicht auf einmal schlecht. Ja, und ich muss dann sagen, nein, der Film gefällt mir jetzt nicht mehr, werde ich mir nie wieder angucken. So ein Quatsch. Nummer 31, Caste Frauen für Männerrollen. Was ja sehr geil ankommt in Hollywood. Auch und gar nicht penetrant und nervig und unnötig ist. Auch wir wissen, wie man Königreiche regiert und wie man in den Krieg zieht. Und das sieht man natürlich an den ganzen Kriegsgräbern und Friedhöfen, dass da reihenweise Frauen liegen. Und die Männer haben sich damals den Hintern abgeheult, wenn dann die Regierung mit dem Auto vorbeigefahren kam, um zu sagen, ihre Frau ist im Krieg gefallen. Dann Nummer 32, bezahle für halbnackte oder ganz nackte Bewegtbildproduktion. Nee, sondern guck gar nichts davon. Du guckst dir höchstens viermal im Jahr jeweils eine Viertelstunde an, allerhöchstens. Du degradierst dich da zum absoluten Beta, der anderen Leuten beim Knickknack zuguckt. Das macht dein Gehirn kaputt. Deshalb lass es sein oder allerhöchstens viermal im Jahr für eine Viertelstunde oder sowas. Wenn man es unbedingt braucht. Teile auch politische Kommentare von Frauen. Vielleicht musst du da ein bisschen suchen. Es gibt sie nicht so häufig. Ja, wegen der Unterdrückung. Nicht, weil Frauen in einem Schnitt weniger Bock drauf haben und weniger Interesse dran haben. Wegen der Unterdrückung natürlich. Und teile politische Kommentare von Leuten, die dir gefallen und wo die Meinung vielleicht clever ist. Wieder völlig unabhängig vom Geschlecht wie immer. Halte dich im heutigen Meeting mal zurück und lass deine Kolleginnen häufiger zu Wort kommen. Falls du das Meeting leitest, dann stelle sicher, dass Frauen genauso viel reden wie Männer. Nein, nein. Der mit der besten Idee soll die Klappe aufmachen. Und fertig. Völlig unabhängig wie immer vom Geschlecht. Hat nichts mit Geschlecht zu tun. Du bist da auf der Arbeit, verdammte Kacke. Nummer 39. Gebe Frauen das gleiche Gehalt wie Männer an, selbst dann, wenn sie nicht danach fragen. Grundsätzlich natürlich richtig. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Aber woher kommt das denn? Die Männer pokern halt ein bisschen mehr und verhandeln ein bisschen mehr. Trauen sich einfach mal mehr, die Klappe aufzumachen und ein bisschen mehr Gehalt zu fordern. Wenn Frauen das genauso machen würden und manche Frauen machen das, verdienen die halt mehr. Wenn nur Männer zum Bewerbungsgespräch kommen, dann formuliere die Stellenanzeige neu, sodass sich mehr Frauen angesprochen fühlen. Vor allem, wenn das Müllabfuhr, Kanalisation und sonstige Drecksjobs sind. Da ist es natürlich unheimlich wichtig, dass da Frauen auftauchen. Und generell wieder, nein, Bullshit. Ja, formuliere die Stellenanzeige so, dass du die Person bekommst, die am besten geeignet für den Job ist. Völlig egal, welches Geschlecht. Nummer 46. Es muss mindestens eine Frau bei den Einstellungsgesprächen dabei sein. Nein, muss ist natürlich nicht. Völlig irrelevant. Es können nur Frauen und nur Männer sein. Es sollen die kompetentesten Personen dabei sein. Nächster Punkt. Erzähle deinen Kolleginnen, wie viel du verdienst. Das ist Privatsache. Ob du das erzählen willst oder nicht, lass dir von keinem erzählen, was du zu erzählen hast. Punkt Nummer 51. Da sind wir wieder bei den Sprachverboten. Deine strenge Chefin, Mutter oder Lehrerin ist keine Bitch wert erwachsen. Ja, wenn die Chefin eine Hexe ist, dann kannst du sie auch als Hexe bezeichnen. Und wenn der Chef ein Arschloch ist, kannst du ihn auch als Arschloch bezeichnen. Überhaupt kein Problem, außer es stimmt nicht. Punkt Nummer 53. Auch herrlich. Weigere dich, bei einem Panel zu sprechen, bei dem nur Männer eingeladen sind. Nein, völlig wurscht. Geschlecht ist völlig irrelevant. Ja, wenn nur Frauen da sind oder nur Männer. Es geht um Inhalte und nicht um Geschlechter, Hautfarben und was weiß ich was. Wenn Frauen ihre Hände in die Luft strecken, dann nimm deine nach unten. Das ist eine Metapher für viele Dinge im Leben. Denk mal drüber nach. Okay. Nummer 58. Wenn du eine feministische Tochter großziehst, was ja generell eine Riesenidee ist, dass sie dann genauso glücklich werden wie die VerfasserInnen von diesem geilen Artikel hier. Wenn du eine feministische Tochter großziehst, dann wird sie dir irgendwann widersprechen und wahrscheinlich Recht haben. Oben steht ja auch, wie soll es Frauen nicht als rechthaberisch bezeichnen. Im rechthaberischsten und fürchterlichsten Artikel östlich des Mississippi. Sei stolz und fühle dich nicht bedroht. Und wie gesagt, überlegt euch das gut, ob ihr eure Tochter feministisch erziehen wollt und damit todunglücklich machen wollt. Ja, bringt euren Kindern lieber rationales Denken bei. Dann ist sowas wie Gleichberechtigung nie ein Thema, auch nur eine Sekunde. Dann ist das als Basic absolut klar und muss nie drüber nachgedacht oder drüber gesprochen werden. Dann Punkt 60. Den finde ich ganz gut. Kauf deiner Tochter Tampons, bereite ihr Wärmflaschen vor und wasche ihre BHs. Zeige ihr, dass sie sich für ihren Körper nicht zu schämen braucht. Das kann man, denke ich, logischerweise unterstützen. Und 64. Lass dich nie wieder darüber aus, wie lange Frauen brauchen, um sich ausgefertigt zu machen. Doch veräppelt euch ein bisschen locker hin und her innerhalb der Beziehung. Es gibt eine Frau, die ist schneller als ich. Ja, da brauche ich länger. Hier ein bisschen die Haare erst machen und so weiter. Die lacht sich dann über mich kaputt und veräppelt mich deswegen. Absolut in Ordnung. Weiter geht's. Wir versuchen nur, den lächerlichen Schönheitsstandards einer Gesellschaft zu entsprechen, von der du profitierst. Ja, die Männer profitieren aktuell unfassbar von unserer Gesellschaft. Ja, die Frauen haben es richtig, richtig schwer nach oben zu kommen. Ja, und kriegen die ganze Zeit nur auf den Deckel von den Medien. Ja, mach abends das Mainstream-TV an. Ja, nur Frauen-Bashing und Männer werden nur gelobt. Ja. Und dann hier, wir versuchen nur, den lächerlichen Schönheitsstandards einer Gesellschaft zu entsprechen. Ja, dann lasst es doch. Sicherlich gibt es da teilweise ungesunde Standards auch, aber es zwingt euch ja keiner. Müsst ihr nicht mitmachen und guckt euch die Feministinnen im Schnitt an. Die machen ja auch nicht mit. Blaue Haare und was, weiß ich was. Punkt 67 ist auch wieder geil. Tu nicht so, als würdest du Frauen befreien wollen, wenn es dir nur darum geht, ihre Religion zu kritisieren. Das heißt, wenn du jetzt sagst, alter Schwede, guckt euch mal die muslimischen Frauen an, was die zu Schultern haben weltweit, wie die unterdrückt werden. Und da, das sind richtige Probleme und ihr jammert hier rum wegen Manspreading. Ich glaube, es sagt, ja, dann bist du ein Islamhasser einfach nur. Sehr, sehr clever. 68, überlege dir, wer deine Trips organisiert, deine Auftritte arrangiert, Weihnachten plant und Geburtstagskarten kauft. Eine Frau, richtig. Überlege dir, wer dein Scheißhaus repariert oder dass das überhaupt funktioniert und sich die Scheiße nicht stapelt, bis sie sich im Bad verteilt und den Müll wegbringt und in den Krieg zieht und so weiter und so fort. Ja, oder dass auch der sechste verschissene Latte Macchiato am Tag bei, oder Latte Frappuccino bei Starbucks, von der die größtenteils bezahlt, am Tag, ja, woher das kommt, dass das alles funktioniert, dass hier fließend Wasser und Strom und so weiter kommen. Deshalb, dieses weltfreundliche Sabbel immer. Nummer 69, und wenn das doch du, also ein Mann, wurde da gerade einfach so mein Gender assumt, habe ich das richtig mitbekommen, dann werde ich dich garantiert nicht dafür loben. Ja, das braucht man auch unbedingt. Lob von Radikal-Feministinnen, ja, weil die das auch jemals machen würden, natürlich ein positives Wort an Männer richten. Punkt 70, kann ich eher unterstützen. Überlege dir, wie viel emotionale Arbeit du von Frauen erwartest. Verlangst du von Frauen, von den Frauen deines Umfelds, ständig emotionale Unterstützung, ohne etwas zurückzugeben? Ja, bring dich selbst auf die Kette als Typ, dass du nicht dauernd emotionale Unterstützung von Frauen brauchst. Kann ich durchaus, durchaus unterstützen. Andersrum aber genauso. Ja, wenn du als Frau dauernd rumjammerst und so weiter, dauernd den Mann brauchst, ist schwierig. So, und jetzt geht es immer mehr um das Thema Flirten, da habe ich mich mit am meisten drüber gefreut und weggeschmissen. Und zwar gehe nicht davon aus, dass eine Frau mit dir reden will, nur weil sie sich in der Öffentlichkeit befindet. Ja, weil ja immer mehr das Narrativ von den Feministinnen, von den Hardcore-Feministinnen zumindest gepusht wird. Das ist ja fast schon Belästigung, während eine Frau auf der Straße anzuquatschen und so weiter. Und ja, nicht alle Frauen haben Bock, angequatscht zu werden, aber das kann sie dann ja sagen. Und eine gesunde, selbstbewusste Frau sagt dann, ja, danke fürs Kompliment, aber habe leider kein Interesse. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Und ein erwachsener, gesunder, selbstbewusster Typ sagt dann, ja, cool, hat Spaß gemacht, alles Gute und verpisst dich einfach und fertig. Nummer 74. Gibt sich, wenn dir eine Frau erzählt, dass sie verge... und miss... punktet wurde oder angegriffen wurde, dann verlange nicht nach Beweisen. Ja, Frage stattdessen, wie du sie unterstützen kannst. Das heißt, wenn eine Frau die heftigste oder mit die heftigste Anschuldigung macht, die man machen kann, wovon vieles auch erfunden ist, ja, bewiesenermaßen erfunden ist, dann listen and believe. Glaub das einfach so. Also, ja, Rechtsprechung ist sowieso irgendwie, also zumindest wenn es um Frauen geht, ist auch so ein bisschen überholt. Wenn es gegen Männer geht, braucht man das nicht. Hier so Recht und Ordnung ist da relativ egal. Ja, die Frau sagt es ja, also wird es wohl auch stimmen. Absoluter Quatsch. Wenn dir jemand privat jetzt sowas erzählt, ja, dann frag nicht, hast du Beweise, dann hör dir das vielleicht an oder wenn du keinen Bock hast, hör dir das vielleicht auch nicht an, man muss sich auch nicht alles anhören. Aber wenn es natürlich um offizielle Anschuldigungen geht, dann nein, nicht listen and believe, sondern halt vernünftiger Rechtsstaat. Nummer 75. Wenn sich ein Freund oder Kollege Frauen gegenüber unangebracht verhält, dann spreche ihn darauf an. Das kommt drauf an, was mit unangebracht gemeint ist. Wenn es wirklich unangebracht ist, dann sprich ihn drauf an, dann finde ich das gut. Aber was die Kaputten hier natürlich meinen ist, selbst wenn du einfach nur einen ganz normal harmlosen Witz machst, über den jede gesunde Frau lacht, wo sie mitmacht und so weiter oder wenn du halt einfach nur Bock auf eine Frau hast oder willst eine kennenlernen und so weiter, willst eine anquatschen, sagst, oh, die da hinten finde ich attraktiv, hätte ich vielleicht Lust kennen zu lernen, wenn die alle Tassen im Schrank hat. Ich gehe jetzt mal hin und da gibt es ja schon Werbung, wo dann der eine den anderen dann zurückhält, als wäre es halt Belästigung. Deshalb, es kommt drauf an, was dieses unangebrachte Verhalten denn auch wirklich impliziert. Nummer 76. Männer müssen die Verantwortung für ihre Taten übernehmen. Das ist ja eine sehr starke Frauendomäne, dass da so viel Verantwortung übernommen wird. Deshalb müssen das die Männer erstmal lernen. Aber ja, natürlich müssen Männer auch die Verantwortung für ihre Taten übernehmen. Völlig klar. Nummer 77. Das unterstütze ich. Lasse nachts auf der Straße zwischen dir und Frauen genügend Abstand. Das kann sonst echt unheimlich sein. Das kann ich durchaus eher unterstützen. Das heißt, du musst ja nicht jetzt krampfhaft drei Meter hinterherlaufen, dass die Frau halt Schiss bekommt. Da kann man auch mal rübergehen oder sich ein bisschen zurückfallen lassen oder sie überholen und so weiter und so fort. Dann Nummer 79. Eigentlich muss man das nicht extra erwähnen, aber rufe Frauen auf der Straße keine ungefragten Komplimente hinterher. Das, da stimme ich zu. Das kann ich unterstützen. Wenn, dann geh auch hin und quatsch sie charmant und männlich und angenehm und so weiter an, dass die Frau sich wohl fühlt. Nummer 82 ist der herrliche Karlauer oben aus der Unterüberschrift. Sei froh, Freundinnen zu haben, die nicht mit dir schlafen wollen. Die Friendzone existiert nicht. Gibt es überhaupt nicht. Absolute Illusion. Ja, Millionen Männer drin gefangen die letzten Jahrtausende, aber gibt es überhaupt nicht. Und wir schulden euch keinen Geschlechtsverkehr. Das stimmt allerdings. Das erlebe ich hier so in der Männesphäre und so weiter. So die abgereisteren Gefilde der Männerschaft, dass das praktisch so ein bisschen hier die Voraussetzung ist. Ja was, ich bin doch aber als Mann geboren, deshalb habe ich es doch automatisch verdient, sozusagen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Nummer 83. Vergiss nie, dass Einverständnis auch in Situationen wichtig ist, in denen es nicht um Knicknack geht. Zum Beispiel, wenn du Frauen hinterhersteigst, die nicht an dir interessiert sind oder du deine Kollegin unbedingt umarmen willst. Ja, geh den Frauen nicht creepy auf den Senkel, die keinen Bock auf dich haben. Aber hiermit wollen sie natürlich auch wieder verhindern, dass Männer erfolgreich Frauen ansprechen und kennenlernen. Weil es gibt nichts Schlimmeres für Feministinnen als erfolgreiche männliche Männer, klassisch männliche Männer, die attraktive Frauen gut finden. Beziehungsweise die von attraktiven Frauen gut gefunden werden. Ja, das ist praktisch das absolute Kryptonit von dritte Welle Feministinnen. Weil es ja das ganze Narrativ untergräbt. Nummer 87. Es ist nie süß oder nett, eine Frau davon überzeugen zu wollen, mit dir zu schlafen. Lass das. Ja, süß oder nett, darum geht es überhaupt nicht. Das Paarungsritual ist, du siehst zu als Typ, dass du interessant und attraktiv für interessante und attraktive Frauen bist. Und dann hat die Frau, wenn du es richtig machst, auch Bock auf Knicknack. Es soll ja auch Frauen geben, die Lust auf sowas haben und die Lust auf Männer haben. Das kann man sich jetzt hier natürlich nicht vorstellen, in der Weißredaktion. Aber es soll ja angeblich Frauen geben, die Männer nicht grundsätzlich hassen, sondern durchaus ganz gut finden. Und natürlich sollst du aber auch nicht darum betteln, wie manche Männer das machen, sondern Persönlichkeitsentwicklung attraktiver werden. Nummer 88 kann ich unterstützen, hier das gleiche gilt für Knicknack ohne Kondom. Lass das. Ja, F-Diahnig ohne Gummi. Punkt 91 kann ich auch unterstützen. Lass dich regelmäßig und unaufgefordert auf Geschlechtskrankheiten untersuchen. Ja, sehe ich ganz genauso. Punkt 92, überlege dir, wie du zur Abtreibung stehst und dann vergiss deine Meinung, denn sie ist komplett irrelevant. Stellt euch vor, sowas würde man umgekehrt machen. Hier die Meinung von Frauen zu wichtigem gesellschaftlichen Thema XY. Ist generell irrelevant. Stellt euch das mal vor, was das für eine Hitlerei wäre. Und Nummer 98 ist auch herrlich und zwar unterstütze schwarze und indigene Frauen immer. Ja, immer völlig egal, wie sie sich verhalten. Wenn da die absoluten Chaotenrandaliere von Black Lives Matter, die Aktivisten da alles in Schutt und Asche legen, dann einfach unterstützen. Weil es kommt ja auf die Hautfarbe an und nicht auf den Inhalt des Charakters oder aufs Verhalten. Punkt Nummer 99, wie der Mund verbieten. Und zwar, Frauen interessiert es nicht, ob sie von wildfremden Menschen unattraktiv gefunden werden. Spar dir also deine zynischen YouTube, Facebook und Twitter-Kommentare. Generell unterstütze ich das aber, denn da geht es mir auch zu negativ ab. Größtenteils in den Kommentarspalten weltweit. Die Leute, wenn sie anonym sind, nehmen sich da einfach zu viel raus und sind dann zu ätzend und asozial teilweise. Und Nummer 100, glaub mir, du weißt nicht, wie es ist, eine Frau zu sein. Aber Frauen wissen komischerweise, vor allem die Hardcore-Feministinnen, die völlig abgereist sind und fernab jeglicher Realität, die wissen komischerweise immer genau, wie es ist, ein Mann zu sein. Überraschung. Jetzt weißt du also, wie du erfolgreich zum dressierten Weichei wirst. Herzlichen Glückwunsch, halte dich bitte dran. Und ich kenne da aber auch noch eine wesentlich toxischere Liste von mir selbst, namens die Top 20 Fehler der Männer. Das kann ich dir nicht empfehlen, sich daran zu halten, aber ich habe es als kleinen Test für dich einfach mal hier oben verlinkt und es kommt gleich auch noch im Abspann und in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, haut rein, ciao.